Come on you little spider! No need to get a spider! Naja, vielleicht wäre es ja wirklich ein wenig von Vorteil, eine Art Spider-Man oder auch Spider-Girl zu sein, wenn man den Hochseilgarten am Flughafen bewältigen will, aber eigentlich nicht wirklich nötig. Am Anfang bekommt man eine Einweisung und dann darf man schon losklettern. Und ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem sorgt dafür, dass man nicht in die Tiefe fällt. Für jede Menge Spaß ist da gesorgt. Ich habe das Wasser aus der Erde geflügt und dann darf man nicht in die Tiefe es tun! Das ist das Wasser und das ist das Wasser.